Die Sozialversicherung ist eine wichtige Säule für den Zusammenhalt unserer modernen Gesellschaft. Angefangen hat alles mit vielen verschiedenen Berufsgruppen und der gleichen Erkenntnis. Gemeinsame Risiken werden am besten gemeinsam begegnet. Und weil sich diese Sozialversicherungsträger selbst organisiert haben, spricht man von Selbstverwaltung. Diese Selbstverwaltung wurde auch weitergeführt, nachdem der Staat vor 100 Jahren die Aufsicht über die Versicherungsträger übernommen hatte. Heute haben wir ein System, das nach wie vor selbst verwaltet ist. Allerdings haben wir statt bisher 21 Versicherungsträger in Zukunft Nummer 5. Das ist deshalb praktisch, weil die Verwaltung viel einfacher ist, überall die gleichen Leistungen erbracht werden und somit mehr Geld für die Versicherten zur Verfügung steht. Auch die Leistungen der Sozialversicherung haben sich geändert. Früher war das Hauptziel, die verletzten oder kranken Arbeitenden schnell wieder gesund zu machen. Inzwischen ist die Sozialversicherung aber ein großes Netz, das uns in jeder Lebenslage auffängt. Ob wir uns bei einem Unfall verletzen, erkranken oder unsere Pension antreten, das Netz ist jederzeit für uns da. Heute haben wir auch dank der Digitalisierung die Möglichkeit, viele Informationen in Sekundenschnelle aufzurufen. In Zukunft soll es sogar noch einfacher werden, Informationen und Daten auszutauschen. Die E-Card, das elektronische Pensionskonto und die elektronische Gesundheitsakte ELGA sind dabei erst der Anfang. Damit wir auch im hohen Alter noch fit und gesund sind, wird es in Zukunft neben den bestehenden Krankenhäusern viele kleine Zentren geben, in denen sich ein Team von Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen um uns kümmert. Somit ist es ganz einfach, schnell die richtige Hilfe zu bekommen. Ganz nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark und für alle da.